Blick von der Staumauer der Radbuddetalsperre. Da geht es ja tief runter. Infopunkt steht da oben. An dem Aussichtspunkt war ich noch nie. Da muss der Tunnel, wo die Motorradfahrer mal rennen fahren. Der ist aber nicht lang. Man sieht doch schon das Ende. Wieso sind heute so wenig Verkehrsgekunden? Warte. 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 Warte.